Hallo und Sawadee Cup. Ja, ich bin hier am Bangseree Beach. Ja, und mal gucken, mit der Drohne fliegen, wenn es geht, ja, und eventuell ein paar Blumen im Wasser geben für meine Tochter. Mal gucken, wie ich hier laufen kann, oder die Drohne fliegen lassen kann, viele Angler hier, sehr windig, mal gucken, wie man hier überhaupt laufen kann, müsste eigentlich gehen, aber ob ich da die Drohne fliegen lassen kann, das falle ich nicht. Ich habe mich hier über diese ganzen Steine gewatschelt, an der Seite, ja, bis da hinten hin, ja, und jetzt will ich mal gucken, ob ich hier meine Blumen im Wasser bekomme. Jetzt habe ich die Blumen im Wasser getan, weil da hinten, da wurde meine Tochter ihre Asche im Wasser geworfen, und die Strömung bringt die Blumen auch dahin. Ist egal, irgendwann im Laufe des Tages. Ja, hier schwimmen also meine Blumen, hätte ich auch da hinten reinwerfen können, ja, aber der Papa macht sich für die Tochter, hat er immer alles gemacht, kann er auch ein bisschen weiter raus, aber gleich, wenn das Wasser geht, dann gehen sie da hinten rum. Ja, das war ein kleines Video, war ein Arm höher, andere gehen zum Friedhof, ich gehe zum Meer, und lasse für meine Tochter ein paar Blumen runter, oder ins Wasser. Ja, das war es dann. Ja, das ist der Bangsaree Beach, da sind ein paar Estände, die auch Essen haben und Getränke verkaufen. Ja, und die da drüben legen die Fischerboote an, wenn Ebbe ist, dann liegen die da hinten alle auftrocknen. Ja, da sind wir ganz hinten, da ist Bataille, da ist Bataille, da hinten der hohe Turm, der Bataille Park. Ja, da kann man auch schön drauflaufen, bis da hinten hin, hätte ich auch gehen können, das ist aber sehr wackelig, das geht mit den Villen, das schwimmt ja alles. Ja, Wasser ist richtig gut, hier, guckt euch an, das Wasser ist richtig klar, keine Drecksbrühe. Ja, Blumen für Jenny, ja, das ist der Name meiner Tochter. Ja, und da hinten bin ich über die Steine gewatscht, ganz schön gefährlich, wenn ich Brocken da umfalle, um mir das Beinbrecht da rauszukriegen. Ja, aber es musste sein. Ja, also, ich mache mich das unser Problem, das aconteceu. Vielen Dank.